Immobilien, Aktien, Bitcoin. Überall wo man hinblickt, sehen wir Kurse auf hohem Niveau oder gar Höchststände. Warnungen vor gefährlichen Blasen machen die Runde. Was kommt da auf uns zu? Darüber möchte ich sprechen mit dem Portfolio-Manager Andreas Beck. Hallo Andreas. Grüß dich. Blasen gibt es, seitdem es Märkte gibt. Richtig oder falsch? Naja, das ist richtig, weil was an den Märkten gehandelt wird, sind ja zukünftige Erträge. Und da können Hypes entstehen und Überoptimismus kann entstehen. Und dann kommen so selbsterfüllende Prophezeiungen, dass alle plötzlich begeistert sind von einer Tulpenzwiebel oder einer Zwei-Zimmer-Wohnung in München-Schwabing oder irgendeinem Internetkonzern. Und so ist es eigentlich ganz originär, dass in diesem Marktgeschehen auch immer wieder so extreme Übertreibungen stattfinden. Bevor wir zur aktuellen Lage kommen, was ist typisch für eine Blase und was sind die Anzeichen? Ja, die Frage ist wichtig, weil es ist umstritten in den Wirtschaftswissenschaften, ob man Blasen überhaupt erkennen kann. Ob man überhaupt von einer Blase sprechen kann, weil wenn ich sie nicht erkennen kann, dann ist das eigentlich der Begriff sinnlos. Deswegen gibt es auch tatsächlich die These, es gibt einfach gar keine Blasen. Es gibt zwei Arten, wie ich Blasen definiere. Die herkömmliche Art und Weise ist, dass man sagt, ja gut, nachdem es geplatzt ist, sage ich, das war eine Blase. Das ist natürlich falsch, weil das nützt mir ja nichts. Es gibt aber auch eine andere Art, wie ich eine Blase definieren kann und die ist sehr sinnvoll und mir da kann man sehr gut arbeiten. Die beinhaltet aber auch, dass nicht jede Blase platzen muss. Und die ist dadurch definiert, dass man grundsätzlich bei Anlagegütern unterscheidet zwischen dem Preis der Anlage und dem Wert. Und der Wert, der ergibt sich sozusagen aus der Zielstellung, warum jemand diese Anlage hält. Wenn man zum Beispiel ein Haus kauft, um darin selber zu wohnen, dann ist der Wert dessen, ob man das auch entsprechend schön findet, dass der Preis gerechtfertigt ist. Und wenn man dann seine Meinung ändert und man stellt dann fest, eigentlich war das nur eine Mode, dass man das schön fand und eigentlich ist es hässlich, dann war das in dem Sinne auch eine Blase. Also Wert nicht unbedingt monetär gemeint, sondern auch einfach, welchen emotionalen Wert so ein Haus hatte zum Beispiel. Nutzwert. Also es geht auch um Nutzwert. Also bei sehr vielen Gütern ist es so, so eine Gucci-Handtasche ist zum Beispiel eine Blase, definitiv. Weil die Leute suggerieren etwas da rein und wenn sie sie dann gekauft haben, wird dieses Bedürfnis nicht befriedigt und dann kriege ich sie aber auch nicht mehr los. Aber sozusagen, ich will nur sagen, es wird unterschieden zwischen Preis und Wert. Und wenn wir jetzt über den Nutzwert sprechen und um emotionale Fragen, dann ist das halt nicht objektiv beantwortbar. Jeder findet irgendwas anderes schön und wertvoll. Aber bei Geldanlagen ist es eben schon eindeutig beantwortbar und deswegen ist es interessant. Ganz, ganz viele Investoren, zum Beispiel die gesamte Versicherungsindustrie, die ganze Altersvorsorge, alle Stiftungen, kaufen Anlagen mit einzig und allein dem Ziel, daraus einen Cashflow zu ziehen. Das heißt, der Wert der Anlage ergibt sich aus dem Cashflow, aus den Erträgen, aus den laufenden Erträgen, die diese Anlage produziert. Eine Stiftung kauft ein Haus nicht, weil sie schön findet, sondern weil sie die Mieteinnahmen braucht. Und ja, das heißt, ich kann, wenn ich diese Perspektive des Investors sehe und diesen Nutzwert verlasse und nur den Cashflow als Referenz nehme, um den Wert zu bestimmen, kann ich sehr wohl davon sprechen, wann ich in einer Blase bin, nämlich genau dann, wenn sich der Preis überproportional abkoppelt vom Wert. Und ein schönes Beispiel sind da Immobilien im Moment in München. Ja, die Mieten sind leicht gestiegen, aber die Preise für die Immobilien sind exorbitant gestiegen oder anders formuliert. Früher hatte ich eine Nettomietrendite von 3,5, 4,5 Prozent, also ehrlich gerechnet nach Abschreibung. Heute habe ich eine von 1,5 Prozent. So, was bedeutet es jetzt für diese Investoren, von denen ich gesprochen habe, nur Nachteile? Deswegen spricht man da auch von einer Vermögensillusion. Das Objekt ist im Wert deutlich gestiegen, aber davon hat ja die Stiftung gar nichts, weil die will ja die Mieterträge. Die Stiftung hat jetzt nur ein Problem oder auch viele Family Offices haben einfach nur ein Problem, weil sie wollen ja nur die Mieterträge. Sie haben ja sonst gar keinen Nutzwert aus diesem Objekt. Und jetzt ist es aber im Wert plötzlich doppelt so hoch. Das heißt, im Erbfall zum Beispiel haben sie ein Problem, weil sie viel mehr Erbschaftssteuer zahlen müssten und so weiter. Deswegen spricht man da auch von einer Vermögensillusion. Aber ich kann schon ganz objektiv immer betrachten, was ist der Wert über den Cashflow und was ist der Preis. Und wenn sich das, man spricht ja eigentlich von so Schwellwerten von über 50 Prozent, wenn sich der Wert über 50 Prozent abgekoppelt hat, also der Preis über 50 Prozent abgekoppelt hat vom Wert, dann kann man von der Blase sprechen. Wir wollen ja gleich noch die verschiedenen Essigklassen durchgehen. Aber zuvor noch mal die Frage, gibt es denn typische Auslöser, die eine Blase zum Platzen bringen? Na ja, so Blasen haben immer so eine eigene Dynamik. Das Schlimme ist, je länger der Preis steigt, umso mehr werden die belohnt, die frühzeitig darauf aufgesprungen sind. Und umso mehr werden die als Helden gehandelt und die anderen wollen dann nachziehen. Und dadurch, dass dann immer mehr Leute nachziehen, steigt der Preis noch mal weiter. Und die Vorsichtigigen, die bis jetzt gewartet haben, die denken sich, oh, was ist denn da los? Das muss ich auch noch mit rein. Und es entsteht so eine selbsterfüllende Prophezeiung eine Zeit lang. Es entsteht so eine richtige Dynamik in diesen Blasen. Deswegen sind die meisten Blasen übrigens auch so, dass es am Ende noch mal richtig steil wird. Sieht man auch im Moment an der Zweizimmerwohnung in München im Moment. Wenn eigentlich alles schon aus dem Ruder gelaufen ist, wird es oft noch mal steil. Also weiß ich nicht warum, aber es ist einfach eine Beobachtung. Und ja, diese Stimmungen kippen halt dann. Irgendwann sind die Spekulanten investiert, irgendwann lässt das nach. Moden kommen und gehen. Und dann schauen die Leute noch mal mit einem anderen Blick drauf und fragen sich, okay, was habe ich eigentlich gemacht? Oft gibt es einfach nur einen kleinen Anlass. Eine Gesetzesänderung, was Mieten angeht. Oder irgendein kleiner Anlass oder eine kleine Zinserhöhung. Ja, der eigentlich noch gar keine große Relevanz hätte. Aber die Leute auf einmal noch mal neu hinschauen und neu bewerten und mit einer neuen Rationalität rangehen. Und dann kann das Ganze plötzlich kippen, dass alle plötzlich der Auffassung sind, ja, so großartig ist das eigentlich gar nicht. Und dann wollen alle gleichzeitig raus. Und das sind dann auch wieder selbsterfüllende Prophezeiungen. Dann fängt es an zu fallen. Die Mietrendite steht nicht dagegen, zum Beispiel bei der Immobilie. Der Wert fällt auch noch. Ja, dann steht überall in der Zeitung, Blase geplatzt. Und dann entsteht auch wieder so eine Überzeugung, eine allgemeine. Und dann wollen alle raus. Also das hat immer so eine Eigendynamik. Der kann man sich auch gar nicht entziehen. Dann lass uns mal die aktuelle Situation anschauen. Fangen wir mit dem Aktienmarkt an. Wie schätzt du da die Lage ein? Blase oder eher keine Blase? Aktienmarkt kann man klar auftrennen. Der Aktienmarkt im Allgemeinen hat keine Blase. Die Unternehmen sind nicht billig. Aber die Unternehmensgewinne, die hier relativ stehen für den vorher genannten Cashflow, also sozusagen die Erträge, die in der Weltwirtschaft produziert werden, haben sich auch sehr gut entwickelt mit der jetzigen Kursentwicklung. Und das ist nicht abgekoppelt. Ich habe jetzt, wenn ich weltweit breit gestreut investiere, habe ich jetzt nicht mehr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15, wie ich es zum Beispiel langfristig früher gehabt habe. Jetzt habe ich vielleicht eins von 18 oder von 20. Aber die Zinsen sind auch viel niedriger, sodass man sagen kann, ja, das ist eigentlich ein gesundes Verhältnis noch, noch vernünftig. Es gibt jetzt bestimmte Segmente, zum Beispiel Technologiewerte, die sind halt extrem abgehoben in ihrer Bewertung. Insofern würde ich sagen, das ist eine Blase, aber die muss nicht platzen. Das kann auch sein, dass das nur extremer Optimismus ist, was die zukünftige Gewinnentwicklung angeht und dass diese Blase gar nicht platzt, sondern dass sich das dann auch wieder auflöst. Ich habe da einen Chart vorbereitet, der mal zeigt, welche Dynamik das inzwischen angenommen hat. Also, dass wir einen extremen IT-Technologie- und Internet-Hype haben, ist ja nicht das erste Mal. Den hatten wir schon mal im Jahr 2000. Und man sieht hier die sechs größten amerikanischen Tech-Unternehmen im Jahr 2000 mit der jeweiligen Marktkapitalisierung, sportlich. Und auch mit dem jeweiligen Gewicht, das sie hatten im S&P 500. Heute haben wir eine ganz andere Situation. Wenn ich heute die sechs größten amerikanischen Tech-Unternehmen hier sehe, dann ist das erst mal sehr interessant. Die haben fast nichts mehr zu tun mit damals. Nur Microsoft hat überlebt, die anderen sind neu. Da sieht man mal, welche Dynamik da drin steckt. Aber dann sieht man auch die Bewertung. Also, das ist das Vierfache von damals. Und damals war es Überoptimismus, würde man heute sagen. Und auch die Gewichtung im S&P 500, in der Gesamtwirtschaft, hat Ausmaße angenommen. Das hat man so eigentlich noch nie gesehen vorher. Und ich sage mal, da müssen schon sensationelle Innovationen von Apple und Co. kommen, dass das in Zukunft sich als gerechtfertigt erweist. Und da müssen die Staaten auch völlig stumpf sein mit ihren Instrumenten der Regulierung, diese Monopolrenditen einzugrenzen. Aber es kann passieren. Also, ich weiß es ja auch nicht. Du hattest ja schon mal gesagt, dass du die Regulierung der Tech-Konzerne als das große Risiko für den Aktienmarkt siehst. Ja, also die Tech-Konzerne sind interessant, weil die ja wirklich monopolartige Renditen vereinnahmen und da bei weitem nicht am Limit sind. Also, ich nehme mal uns beide, dein Kanal. Ihr habt einen Haufen Aufwand, einen Haufen Arbeit. Und von den Werbeeinnahmen, die erlöst werden, nimmt sich YouTube 40%. Wenn die sich ab morgen 45% nehmen würden, könnte die auch nichts machen. Die können sich auch 60% nehmen. Die haben das Monopol. Oder auch Microsoft, wenn die die Lizenzen erhöhen. Also, genau, die haben ja jetzt vor einiger Zeit das Office-Paket vom Festpreis auf den Abo-Preis umgestellt. Und man musste mitmachen, weil es eben keine Alternative gibt, die halt gängig ist. Ja, also die haben Monopole. Die haben eine echte Abhängigkeit geschaffen, wie Infrastrukturdienstleister, wenn man so will. Und die haben keine Begrenzung der Renditen, die die daraus ziehen können. Und insofern kann man sagen, die jetzige irre Bewertung dieser Unternehmen, ja, kann man auch so sehen. Bis jetzt war es nur immer so, dass wenn ich so einen Zustand hatte, dass der Staat irgendwann eingegriffen hat. Und ob der Staat es dieses Mal schafft, ist natürlich offen. In China ist er dabei, es zu schaffen. Aber China hat jetzt da wieder seine eigenen Spielregeln. Aber da ist auf jeden Fall Alibaba und Tencent. Und andere sind schon deutlich unter Druck geraten, weil die Regulierung eben in gewisser Hinsicht schon eingeschritten ist. Also Aktienmarkt als Ganzes, okay, in einzelnen Sektoren oder einzelnen Bereichen durchaus Blasengefahr. Ja, aber nochmal, der Aktienmarkt als Ganzes hat sich gut entwickelt. Aber wenn ich mir die normalen Unternehmen anschaue, wenn ich mir zum Beispiel den DAX anschaue, eine BASF, eine Bayer und so weiter, selbst eine SAP, das ist alles in einem vernünftigen Verhältnis zu den Unternehmensgewinnen. Zweiter Bereich, Immobilien. Es kam ja schon gerade das ein oder andere Mal durch. Da bist du deutlich pessimistischer. Ja, Immobilien sind eine Blase. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Das kann man im Bericht der Bundesbank vom Februar 2021 auch nachlesen. In diversen anderen Studien kann man das inzwischen auch nachlesen. Also nach diesem Kriterium, mehr als 50 Prozent Preis abgekoppelt von Wert, sind wir am Immobilienmarkt in den deutschen Metropolen in einer Blase. Muss nicht platzen natürlich wieder. Es kann irgendwas passieren. Zum Beispiel könnte der Mietmarkt dereguliert werden und die Mieten könnten sich verdoppeln. Daran glauben wir beide nicht. Deswegen glauben wir beide auch daran, dass es im Moment keine interessante Anlageklasse ist. Genau. Da sehe ich auch so, dass man sich da schon sehr, sehr gut auskennen muss, um dann auch irgendwie Objekte zu finden, die wirklich ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis abbilden. Ja, also einzelne Objekte mag es geben, natürlich. Aber so die Preise, die da im Moment aufgerufen werden, also ich schaue mir das in München ab und zu an, da muss ich sagen, ich glaube gar nicht mehr, dass der Verkäufer wirklich glaubt, da einen Käufer zu finden. Und die stehen auch inzwischen sehr lange im Netz. Also da sind im Moment Preise, die sind schon wirklich nicht mehr real. Und die Letzten beißen die Hunde. Das ist ja auch beim Immobilienmarkt dann so. Der, der das Letztes gekauft hat, der steht dann da und versucht dann irgendwie, seine Wohnung dann loszuwerden an einen. Also die ganzen Bauträger, die jetzt fertig werden, wenn er im Moment 30, 40, 50.000 neue Wohnungen gebaut hat, in München allein. Alle 16 Euro Miete pro Quadratmeter, die sie sich erwarten, alle schauen sie ähnlich gleich aus. Also alle so gesichtslose Bauten. Ob die dann noch Käufer finden und Mieter finden, da bin ich mal gespannt. Letzte Asset-Klasse, die wir uns anschauen wollen, Kryptowährungen. Bitcoin auch eine wahnsinns Performance hingelegt dieses Jahr. Blase oder keine Blase? Ja, Kryptowährung ist genial, weil die hat keinen Cashflow, die hat keinen inneren Wert. Insofern ist der Wert, der bezahlt wird, nur eine Zuschreibung. Und das wissen aber auch alle. Insofern ist es aus dem Blickwinkel einer Wertpreisbetrachtung nicht bewertbar. Ich denke, der Bitcoin und Co. lebt schlicht und einfach davon, dass die Leute erwarten, dass in Zukunft noch höhere Preise zugeschrieben werden. Da gibt es im Moment einige Indizien dafür. Irgendwann wird man anderer Auffassung sein. Und dann gibt es auch nach unten kein Halten mehr. Das ist offene Spekulation. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich hatte ja auch bei dir vor knapp einem Jahr mein E-Book vorgestellt. Erfolgreich wissenschaftlich investieren. Kann man kostenlos runterladen. Link findet sich unten. War wahnsinnig erfolgreich. Also das 150.000 haben sich inzwischen so heruntergeladen. Ich habe sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Deswegen habe ich es jetzt aktualisiert und habe es auch erweitert. Insbesondere zum Beispiel um so Fragen, woran erkenne ich eine Blase? Und zu dem, zu dem wir uns jetzt hier unterhalten haben, mehr und tiefere Informationen gerne auch hier in meinem Buch. Genau, das Buch verlinke ich unter dem Video. Was du über den Bitcoin gesagt hast, also keine Cashflows, das würde ja auch auf andere Anlagen zutreffen. Gold zum Beispiel. Stimmt. Der Wert von Gold ist auch eine willkürliche Zuschreibung, die kulturell bedingt seit Jahrtausenden da ist, sodass man sich auf die in gewisser Hinsicht verlassen kann. Aber ein Bitcoin ist insofern auch, wie soll ich sagen, eine Verkörperung des Zeitgeistes, der dazu führt, dass wie einem Ölgemälde ein bestimmter Wert zugeschrieben wird oder eben nicht zugeschrieben wird. Und das kann so oder so sich entwickeln. Es gibt keinen Cashflow. Jetzt argumentieren die Vertreter von Bitcoin ja, dass es ein technischer Fortschritt ist, ein besseres Zahlungsmittel und so weiter. Da kann ich aber nur antworten, ich hoffe für euch, dass die Argumentation falsch ist, weil wenn es wirklich um einen technischen Fortschritt geht, dann kann man sich sicher sein, dass es bald noch wesentlich technischere, bessere Fortschritte gibt und noch bessere Kryptowährungen und dann wäre der Bitcoin erst recht wertlos. Wobei dann natürlich die Bitcoin-Fans sagen, ja, wir verbessern ja den Bitcoin kontinuierlich und machen dann ein Update und so weiter. Also es ist ein schwieriges Feld, da in die Zukunft zu blicken. Die Blockchain-Technologie ist ja doch wirklich sehr neu und das wäre das erste Mal in der Geschichte der Technik, dass sozusagen der erste Wurf bei was Neuem gleich das Finale gewesen wäre. Das wäre doch sehr überraschend. Verstehe. Alles in allem. Was ist jetzt die beste Strategie für Anleger? Ja, sich nicht verrückt machen lassen von Kursen. Seit ich am Markt bin, gibt es eigentlich nur zwei Phasen. Entweder man ist in der Krise oder man hat Höchstkurse. Ja, das ist naturgemäß, weil die Unternehmen erwirtschaften ja Gewinne. Ja, das heißt sozusagen, da gibt es einen Substanzwert, der mit der Zeit entsteht. Ein DAX muss immer neue Höchststände haben, da braucht gar nichts passieren. Allein, weil die deutschen Unternehmen im Schnitt Gewinne erwirtschaften, jedes Jahr. Und breit streuen, breit streuen. Und ja, bei bestimmten Anlageklassen versuchen nicht der Letzte zu sein, der noch aufspringt. Guter Hinweis. Andreas, vielen Dank.